Willkommen zurück hier bei Kölschi on Tour in Deus Ex Mankind Divided. Äh, ich glaub die zwei, die lass ich da mal in Ruhe. Du, äh, was ist mir denn hier? Du, äh, was ist mir denn hier? Oh, 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 oh. Na, hab ich das getroffen oder nicht? Oh, 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 oh. Ah, Gesundheit. Oh, 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 oh. Das war's. Oh, eine kleine Biozelle. Was soll man sonst noch hier rumliegen? Abstoffminister. Was wird er denn hier überhaupt? Jede Menge werfbarer Kram. Also was haben wir denn hier? Sehr gut, zurück auf Patrouille. Da oben muss alles gesichert bleiben. Bla bla bla. Funkverstecker ist installiert. Hat sich eben erledigt. Oh Gott. Bleib raus mal, wenn wir das von Anwärtern bieten. Den stärksten... Oh, na gut. So, dann speichern wir doch erstmal ne Runde. Besser ist dat. So oft wie ich sterbe auf jeden Fall. So, gucken wir doch mal. Sekundärziel haben wir schon mal erledigt. Äh, da gucken wir mal. Was wird das jetzt hier um? Kette kriegen. So, was wird das? Kette kriegen. Kette kriegen. Gucken wir mal. Nix weiter. Was ist das da? Ah, ich sehe gerade so Betäugungs-Kram. Hab ich jetzt gerade nicht mehr wirklich viel. ... Hm. Zum Nachladen habe ich auch nichts mehr. Super. Direkt auf der Ebene zu sein. Genauso wie der Vogel da auch. Lassen wir das mal lieber. Lassen Sie sich das mal wieder anbieten. Was ist denn da, aber? Ich habe die Aufmerksamkeit. Ich habe die Aufmerksamkeit. Ich habe die Aufmerksamkeit. Ich habe die Aufmerksamkeit. Wir haben keinen Siegkontakt, mit der Wohkontakt beschwacht. Super, da sind zwei. Ah, du bekommst den Ehr her. Ah, du bekommst den Ehr her. So, wo kommt der denn her? Der Wind wird immer stürmischer. Wir brauchen diese Waffen. Also, irgendwie habe ich betäubungsfallmäßig im Moment echt beschissene Karten hier. So? 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 Ja, nun ist die Betäubungsknifte leer. Und nun? So? 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 Who? Uff, mh. Ach, dann, äh... Ich hab auch keine Ahnung. Genau das ist im Moment das Problem. Den 1. Werden die Uni, den man muss nachdenken. Entschuldigung, dass es sich verabschiedet wird. Ne? Die 2. Die 3. Ein Zeig, oder wie war das? Bleibt mir wohl echt nix anderes üben. Ein Zeig, oder wie war das? Ein Zeig, oder wie war das? Das dauert ja ewig. Zehen wir viel durch und verschwinden wir. Ja komm, dreh dich rum. Dreh dich, dreh dich rum. Rum, 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 rum. Hm. Hm hm hm. Zum Glück wegen der Waldneuer Waffen. Irgendwas stimmt hier nicht. Jensen, wir sind im Atrium und beziehen Stellung auf den Terrassen. Wo sind sie? Noch unterwegs. Beeilen Sie sich. Feindlicher Helikopter im Anflug. Sandsturm nähert sich. Ist der Funkverstärker deaktiviert? Positiv. Verstärker ist schrott. Dann hat der Zinnmann also doch ein Herz. Gute Aktion fürs Team. McCready out. Tschönen Dank auch. Hmm hm 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 hmhm. Wie krieg ich ihn jetzt hier weg? Ach, guck, guck. Ich hätte zwar jetzt einfach, ihn da wegzubatschen. Ah, komm. Freichern wir mal und dann versuche ich mal was. Oh, oh. 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 Ja super, da ist noch einer. Den lassen wir mal lieber da schön in seiner Türe drin. Ja super, ich denke ich hier oben, voll. Ja super, ich denke ich hier oben, voll. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Ja super, ich sehe. Ja super, ich sehe. Ja super, ich sehe. Ja super, ich sehe. So größt, gewährt! Na guck mal doch mal, was jetzt so kümmert, ne? Hier ist Jensen. Zugangsweg gesichert. JIN sollten kein Problem sein. Over. Verstanden. Wurde auch Zeit. Feindlicher Heli gesichtet. Okay, Einsatzteam. Position unterhalten. Strike one, in Stellung. Strike two, bereit. Strike three, klar. Strike four, in Position, Boss. Augen nach oben, end sichern, Männer. Ohne Scheiß, Braunase. Hüten Sie Ihre Zunge, Halliday. Haltet den Mund. Fünf in Position. Höchste Wachsamkeit. Sing hat sich Kontakt zu Shepard. Schalte auf, mithören. Ziel im Einsatzgebiet. Sing ist hier unten, also Vorsicht beim Feuern. Ja, Vorsicht beim Feuern. Das hier mit einem Sandsturm im Nacken durchzuziehen. Der Verdienst gebührt allein Mutter Natur, Mister... Nennen Sie mich Shepard. Sehr erfreut. Sind das die Waffen? Die Aux. Wird immer schwieriger, sie zu beschaffen. Die Waffen sind noch im Helikopter. Zeigen Sie mir das Geld dann. Oh, was ist denn da ab? Was läuft? Äh. Die Party wurde gestört. Shepard ist tot. Was? Wer? Was geht da unten vor? Miller, das sind nicht die Djinn. Wiederhole, nicht die Djinn. Sie wollen die Waffen? Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Heißen wir ihn rein! Sie wollen zum Helikopter, können Sie schießen? Negativ, negativ! Stehen unter Schwerung der Schuss! Der Helikopter darf nicht starten, Jensen! Alles klar. Ja, und wie es dann weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!